Das Orchester wird aufgelöst. Was? Verzeihen Sie, um was geht es denn bei dieser Arbeit? Leichen aufbauen und einsagen. Unter Leichen verstehen Sie tote Menschen? Und um was geht es jetzt wirklich? Hat was mit Zeremonien zu tun. Sowas wie Hochzeiten? So ähnlich. Unser Model ist fertig. Such dir eine anständige Arbeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017